Ja Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute spielen wir ein langersehntes, langgewünschtes Projekt, das ihr alle, alle 8.000 und 7.500 inaktiven Abonnenten haben wolltet und zwar Minecraft. War nur ein Witz, ich spiel doch kein Minecraft. Expedition fehlgeschlagen? Ich hab noch gar nicht, ich hab noch gar nicht angefangen. Ja Freunde, und damit herzlich willkommen zu Minecraft mit Zombies. Eigentlich kein Minecraft, aber what the fuck geht denn hier ab? Okay, da geht's ja übel ab. Hat das Ding eine Story? Ich dachte, es wäre nur was zum Ballern. Sieht aus wie Schauerland. Alter, und die Armhaare, richtig, richtig, richtig fresh. Die haben's... Das hört sich an wie die Minions. Okay, er hat ihn gebissen. Ist eh lustig. Was ist denn das? Ich bin der mein Wawa. Er wird das lösen. Ich werde einfach dein Bein amputieren. Nimm meine AK-47 und... Alter! Nicht dein Ernst. Muss ich jetzt schießen, während der mir den Arm ab... Äh, den Arm, Alter, hat das Bein... Der andere... Okay, game is still, bla bla bla, stands in one place. Okay. Okay, Moment. Welle 1. Und wie lange braucht der, um meinen Fuß abzuhacken? Wie lange braucht der, um meinen Fuß abzuhacken? Alter... Sniper. Okay, gut. Wir müssen nachladen. Wir müssen nachladen. Der hackt meinen Fuß ab. Das ist ja wirklich super. Das ist wirklich extrem super. Richtig geil. Das gefällt mir. Na gut, wir verteilen einfach mal Headshot. Und er hackt immer noch, oder was? Willkommen, ich entschuldige mich, dass ich dein Bein abgeschnitten habe. Alles okay. Alter, das Ding hat sogar einen Mehrspieler. Das muss ich mit Bardo spielen. Gesperrte Waffe kaufen. Verbessern. Schaden. Munition. Start. Okay. Okay. Ich kenne mich nicht aus, aber... Okay. Okay. Stationäre FPS. Das heißt, ich muss die jetzt hier so killen. Das ist lustig. Wo ist mein Partner? Wo ist mein Partner? Ist mein Partner nicht da? Ich muss das mit Bardo spielen. Unbedingt. Unbedingt, Freunde. Unbedingt. Mein Gott, Alter. Lad nach. Lad nach. Oh Gott, Alter. Brauchst du lang zum Nachladen. Was ist denn mit dir verkehrt? Boah, ich dachte, rechts wäre einer. Lad nach. Level abgeschlossen. Nachladen. Ich muss nachladen. Ich brauche auf jeden Fall weniger Zeit zum Nachladen. Alter Schwede. Was gibt es denn da für Waffen? Oh. Oh. Da gibt es eine fucking Shotgun, Freunde. Nicht schlecht. Tag zwei. Stehen wir den ganzen Tag hier auf dem Pümpel und sind beim Kacken? Oder was ist genau das Problem von uns? Und zack. Einmal getroffen. Und zack. Zweimal getroffen. Mann, bin ich gut. Und zack. Und der letzte Schuss geht natürlich ins Leere. Lad nach, Kumpel. Lad nach. Ein bisschen schneller. Danke. Danke. Und danke. Und du auch noch. Komm. Stirb. Stirb. Oh oh. Oh oh. Lad nach. Lad nach. Alter. Oh Gott. Der hat mich einmal getroffen, der blöde Hund. Kann ich... Wie viel habe ich denn? 400. Mein Gott. Das dauert ja ewig, bis ich da was anderes habe. Ich brauche mehr Munition. Und mehr Streuung. Oder weniger Streuung. Ich hätte halt gerne mal eine andere Waffe. Oh mein Gott, Alter. Was kommt denn da daher? Oh oh. Ich dachte... Ich dachte, vielleicht kann ich irgendwie... Oh man. Ich lade jetzt gleich nach. Ist besser. Ist besser. Zack. Zack und... Du bist auch im Arsch. Level abgeschlossen. Mann. Ich sollte vielleicht sparen. Sollte ich sparen? 1236 kriege ich in einer Minute. Ist das so? Tag Nummer 4. Freunde, wir werden das hinbekommen. Wir werden das alles schaffen. Ich spüre es. I'm feeling it. Den Mund. Alter, da fliegt der Kopf weg, Mann. Irgendwie kommen die immer von derselben Richtung. Von rechts kommt keiner. Wow, wow, wow. Den habe ich... Alter, jetzt macht das Ding aber Schaden, du. Mein Gott. Guckt euch das mal an. Perfect. Fucking perfect. Gleich nochmal. Ich brauche Kohle. Ich brauche richtig fett Kohle. I need money, my bitches. Boom. 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 Triple kill. Und Sniper Schuss. Und komm um die Ecke. Und Sniper Schuss. Nochmal Sniper Schuss. Zack. Und zack. Mein Gott. Ich bin der wahre Küchenrollen-Experte hier. Okay, in neun Sekunden kriege ich 1731, wenn ich mich richtig entzünde. Oh ja, Bonus, Alter. Zwei Stunden? Ich brauche 4.000, 14.000, 75.000, 200.000, 400.000, 600.000. Alter, das kostet ja die Hölle. Okay, das ist die, die, die Max-Level. Dann, äh, würde ich sagen, hauen wir das Ding hier einfach mal hoch. Wir haben das jetzt übelst gepimpt. Das ist jetzt eine richtig krasse Waffe, Freunde. Da kommt keiner mehr vorbei. Überhaupt keiner. Ja. Zack. Zack. Und tschüss. Und du bist auch im Arsch. Weg damit. So, wo sind die Bitches? Wo sind die Bitches? Die werden auch noch schneller. Ja, ist in Ordnung. Ich brauche dir kein Headshot geben. Hä? Ich schieße dir in die Reppe. Okay, Tag 7, Freunde. Und es geht los. Mein Gott, warum schreist du eigentlich so? Was ist denn dein Problem? Geh kaputt. Leave me alone. Leave me alone. Leave me alone. Nachladen. 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 Och, kommt schon, Freunde. Das ist doch ein bisschen langweilig hier. Ich bin der verdammte Pro, Mann. Was ist los? Ich kriege extrem viel Kohle. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Vier Wellen sind es jetzt schon. Gut, dass ich unendlich Munition... Alter Schwede, ey. Den habe ich mal richtig hier weggebomst. Weg mit dir. Geh kaputt, Alter. Ich habe unendlich Munition. Wisst du das? Unendlich. Geh kaputt. Und du auch. Zack, zack. Weg mit dir. Level abgeschlossen. Warum stand da Welle 1 von 4? Okay, ich habe jetzt schon 3.000. Das könnte interessant werden. Was kostet die? Das ist die Double Pampe. 14.000, Alter. Mein Gott. Oh, da kommt jetzt gleich ein Boss und dann Arena. Sniper, 70, 100. Die beste Errungenschaft ever. Alter, wie siehst du aus? Was ist denn mit euch los? Was habt ihr für ein Problem? Ah, 4.000. Ich, warte mal. Ich will irgendeine geile Pumpe, Mann. Die wäre geil. 35 fucking 1.000. Alter, Lecker. Oh, jetzt kommt der Boss. Oh, oh, oh. Endgegnerrunde. Oh Gott. Das finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Geh kaputt. Geh kaputt. Das wird jetzt, glaube ich, ein bisschen haarig hier. Ich lade gleich mal nach. Oh, oh. Gut, dass wir so schnell nachladen können. Da kommt jetzt der nächste blöde Hund. Weckt euch nicht so auf. Triple Kill. Siehst du? Hast du gehört? Nimm es nicht mit mir auf. Nimm es nicht mit mir auf. Kommt der jetzt? Oh, oh. Oh, oh. War keine Idee, fünf Tage in der Kirche zu koten. Ja, Alter. Was ist denn das? Und wer zum Teufel schießt da auf den Typen? Moment mal. Sind da die ganze Zeit Leute außen rum und ich bin alleine in der Kirche drin? Ah, okay. Ja, okay. Das ist eigentlich nur stupides Tauchballern. Finde ich auch gut. Geh kaputt. Geh. Geh bitte kaputt. Ich will nicht sterben. Sterb. 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 Komm schon. Komm schon. In deinen Arsch. In deinen Arsch. So treffe ich dich aber nicht. Easy. 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 3000 Belohnungen. Du machst dich ganz gut. Der Kampf wird immer schwerer. Nein. Ich kaufe die nicht. Ich muss die kaufen. Ich muss die kaufen. Ey, du Missgeburt, ne? Arena. Stehe ich da jetzt? Alter, kann ich das Ding hernehmen? Bonusrunde. Mit dem Messer. Mit dem Messer. Ernsthaft? Ernsthaft? Ich kann mich aber nicht bewegen. Ich würde gern irgendwie wohin laufen. Das wäre doch gut, wenn ich irgendwo hinlaufen könnte. Geh kaputt. Ich hau jetzt einfach nur zu. Ich hab unendlich Kondition. Unendlich Kondition hab ich. Niemand wird mich treffen, verdammt nochmal. Niemand. Geh kaputt. Zack. Zack. Oh, Kacke. Das wird ein bisschen schwierig. Ich glaub, das wird ein bisschen schwierig. Ja, ja, ja. Triple Kill bringt mir gar nichts. Schnauze, 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 Schnauze. Oh Gott. Oh Gott. Wie sieht mein Leben aus? Multikill 65%. Ich dreh durch. Ja, 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 ja. Nur mit Messer. Macht Spaß. Macht wirklich Spaß. Richtig kalt. Oh, 25% Leben. Super. Wer soll denn das schaffen? Wer soll das zu tollen schaffen? Ich schaff's. Ich hab schon eine Schicht. Eine Zündung. Alles, alles auf Max. Alles auf Max, Freunde. Ich muss sagen, das macht extrem Spaß. Der Lover? Der Lover? Diese Zwischensequenzen sind auch extrem. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Tanja. Fehlen ihm beide Böse? Ah, ah, ah. Die sind so geil, wenn sie reden. Neuen Rollstuhl, Alter. Okay, okay, gut. Wir sind im Krankenhaus. Wir sind hier verbarrikadiert mit unserem Alter, dem Teddy. Oh. Ist das wirklich eine bessere Waffe wie die andere? Ich habe nicht so den Eindruck. Warum können die oben an der Decke krabbeln? Wieso geht das? Ich will das auch können. Level abgeschlossen. Si, si, Signore. Okay, okay, dann schließen wir das Krankenhaus mal ab, würde ich sagen. In deine Fresse, Alter. Von wo könnte denn überall kommen? Hier, kleinen geleckten Würstchen. Zack, wie sich das anhört. Richtig dumpf, weil du nichts im Hirn hast. Konzentration ist alles, meine Freunde. Konzentration ist alles. Und deswegen sitzen wir auch hier in diesem Rollstuhl, weil Konzentration einfach alles ist. Versteht ihr? Und weil ich nur noch ein Bein habe. Weil das so aussah, als hätte ich nur noch mein drittes Bein, wie er schon sagte. Das hat er nämlich nicht amputiert. Aber die anderen Beine sahen ein bisschen amputiert aus. Wie kann ich eigentlich eine Granate werfen? Mit zwei. Oh ja, oh ja, nice. Komm, mach. Oh, 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 oh. Na, mögt ihr das, hä? Mögt ihr das? Wie langsam der runterfliegt, der Typ. Not bad, not bad. Hier kaputt. Tot bist du, tot. Oh, kommt schon, Leute. Habt ihr nicht mehr zu bieten, hä? Habt ihr nicht mehr zu bieten als das? Ich bin der, der euch alle vernichten wird. Und ihr habt nicht mehr zu bieten, als da an der Decke rumzukrabbeln. Wie so Vollloser. Hm? Mein Name ist Detox. A.K.A. Der Sniper. 5.000, Mann, aber das ist ein Ewigkeitswerk, Alter. Das ist ein Ewigkeitswerk, bis hier mal irgendwas vorwärts geht. Oh, was bist denn du? Warte mal, dir werfe ich eine Granate in die Fresse. Bist du jetzt tot, hä? Hab ich dich gehäutet? Warum, warum müssen, warum haben wir eine Waffe mit Schalldämpfer? Kann ich immer noch nicht so ganz nachvollziehen. Kommt von links auch mal wer? Scheinbar nicht, ne? Scheinbar nicht. Hallo, Olaf, ne? Oh, 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 oh. Der braucht, der braucht aber viele Schuss. Ach, du Kacke. Die halten einiges aus. Oh, oh. Oh, oh. Geht tot, geht tot. Und hust mich nicht voll mit deinen blöden Keimen. Ich will mich hier nicht anstecken. Mit Gastritis oder Hämoglobin-Döner oder irgendwas anderem. Ja, 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 ja. I understand. I understand. Totally, 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 totally. Du bist tot. Ich will wenigstens die Double-Weapon freischalten, ja? Wobei das Gewehr schon auch geil ist. Aber 35.000, das ist ein bisschen haarig. Oh ja, jetzt kommen sie von links auch. Toll, freut mich. Zutiefst. Freut mich wirklich extrem. Okay. Also von links muss ich aufpassen, das ist nämlich ziemlich nah. Aber ich bin ja hier Profi, Leute. Ich bin ja hier Profi. Oh ja, klar. Ich weiß eigentlich gerade, für was ich die Granaten hätte nutzen sollen. Für diese blöden Hunde. Zack, 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 zack. Nachladen. Komm schon. Make it rain. Make it rain. Make it fucking rain. Oh Mann, kommt schon. Ein bisschen noch. Vorm Boss brauche ich auf jeden Fall die dicke Wumme. Ich glaube nämlich, das wird jetzt ein bisschen schwierig. Geh kaputt. Dankeschön. Wir müssen doch für Tanja hier gewinnen. Wir müssen definitiv für Tanja gewinnen. Komm schon, Tanja. Du wirst mich lieben. Du wirst mich verehren. Oh, du wirst mir meine schönen, tollen... Ja, Schuhe haben wir keine. Du wirst mir meine nicht vorhandenen Zehen putzen. So macht man das nämlich hier. Elf? Oh oh. Oh oh, ich ahne Böses. Oh, oh, oh. Okay, ich hab Zeit von der anderen Seite. Ich hab Zeit. Ich hab Zeit. Alles ist gut. Alles ist gut, Detox. Nicht nervös werden. Nicht nervös. Einfach in die Presse schießen. Schieß ihnen einfach nur in die Schnauze. Ist alles okay. Du musst nicht nervös werden. Oh oh. Oh oh. Nein. Geh weg. Oh Gott, Alter. Mein Herz. Ich bin eine Sekunde stehen geblieben. Oh ja. Oh ja. Oh ja. 50 Schaden. Jetzt, Freunde. Hä? Jetzt geht der Punk richtig ab. Jetzt geht der Punk richtig ab. Wer will sich mit mir anlegen, hä? Wer will sich mit mir anlegen? Oh kacke. Die Streuung ist... Die Streuung ist nicht gut. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh oh. Oh oh. Ähm. Ja. Okay. Äh. Ich nehm alles zurück. Das ist beschissen. Ich hasse diese Waffe. 14.000 mit Arsch. Finde ich nicht gut. Oh Gott, Alter. Das ist nicht gut, Mann. Nachladen hoch. Streuung. Das wird, glaube ich, nix. Das wird, glaube ich, wirklich nix. Kann ich mir noch ne Granate kaufen? Verdammt. Okay. Das wird der Endgegner. Ich glaube nicht, dass ich den packe. Zur Not muss ich eben die andere Waffe nehmen. Äh. Äh. Okay. Äh. Mhm. Gut. Mann, was wirfst denn du auf mich? Bist du blöd? Der wirft mit, der, der wirft mit, der wirft mit Spritzen. Okay, der ist, der ist zu heftig, der Typ. Der ist zu heftig. Eieiei, Freunde. Das ist noch nicht mal der Endgegner. Das ist noch nicht mal der verfluchte Endgegner. Geh kaputt. Komm schon. Wenigstens den will ich schaffen. Nein, du wirfst jetzt nix. Draufzuwerfen. Oh, klar, natürlich. Klar. Ja, klar. Jetzt muss ich noch nachladen. Ist okay. Ja, ist schon in Ordnung. Stirb. Ach, Level abgeschlossen. War das der Endgegner? Super. Hab ich ja gar nicht gedacht. Also, jetzt krieg ich ne Belohnung von 12.000. Du willst mich wohl verarschen. Du willst mich wohl wirklich verarschen. Arena. Schon wieder. Oh, alter Mann. Ich hab ne Mistgabel. Aber irgendwie schlagen wir... Ah, doch. Wir schlagen mit der Mistgabel zu. Das ist gut. Das ist... Oh, kacke. Ja, klar, natürlich. Die Typen. Ich hab aber nichts Besseres zu tun. Blöder Spritzenhund. Hau ab. Ja, da hustest du noch. Deinen letzten Hustenreiz. Find ich gut. Geh kaputt, alter. Geh kaputt. Okay, das ist gut. Links und rechts ist noch keiner. Kann ich die hier niedermetzen? So, jetzt kommen wir langsam hier von links. Oh, Mann. Alter, das ist so schwierig. Oh, Mann. Toxkill. Ja, toll. Super. Da hab ich jetzt richtig viel geschafft. Tag 22. What the fuck? Wo bin ich denn jetzt? Oh, hier. Oh, hier kann ich draufballern. Das ist gut. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Das macht doch Freude. Macht das Freude? Ich hab doch die Medikamente aus dem Krankenhaus geholt. Wo ist Tanja, wenn man sie braucht? Oh Gott, dafür ist meine Waffe kacke. Ich glaube, meine Waffe ist kacke. Level abgeschlossen. Gott sei Dank. Ja, Freunde. Das war's dann mit diesem Spiel. Das Spiel heißt im Übrigen... Keine Ahnung. The Walking Zombie Dead City. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Wenn ich's mit Bardo mal zusammenspielen soll, dann lasst es mich auch in den Kommentaren wissen. Und dann danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Abo nicht vergessen. Daumen hoch. Haut rein. Und ciao.